Hallo, ich bin Steffi von Kenhub und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial. Heute bespreche ich mit euch das Retroperitoneum. Das Retroperitoneum ist ein Sammelbegriff für alle Strukturen, die sich dorsal des parietalen Peritoneums, also des Bauchfells, befinden. Sie sind hier grün markiert. In diesem Tutorial werde ich euch die Organe und Gefäße des Retroperitonealraums zeigen. Dabei betrachten wir vor allem diese Abbildung, eine Darstellung der Bauchhöhle aus der ventralen Ansicht. Behaltet im Hinterkopf, dass alle Strukturen, die wir heute besprechen, als Retroperitoneal bezeichnet werden können. Bevor wir ins Retroperitoneum vordringen, möchte ich euch kurz einige Strukturen des parietalen Peritoneums zeigen. Dazu zunächst noch einmal zum Hintergrund. Das Peritoneum, also die Bauchhaut, besteht aus zwei Blättern. Das parietale Blatt, welches die Wände der Bauchhöhle auskleidet, und das viszerale Blatt, das die intraperitoneal gelegenen Organe umschließt. Grün markiert ist die Plica umbilicalis mediana, eine Längsfalte des kaudalen parietalen Peritoneums. Auf Deutsch heißt sie mediane Nabelfalte. Wenn diese Falte zurück in ihre ursprüngliche anatomische Position gebracht würde, dann verlief es sie vom Bauchnabel zur Harnblase. In dieser Falte befindet sich der Urachus. Das ist ein Relikt des Alantois, eines Passagierenganges der Fetalentwicklung. Eine weitere Längsfalte des parietalen Peritoneums ist die Plica umbilicalis medialis, die mediale Nabelfalte. Diese paarige Struktur befindet sich links und rechts der Plica umbilicalis mediana. Passt auf, dass ihr diese sehr ähnlichen Namen nicht verwechselt. Als Eselsbrücke kann man sich merken, dass die Plica umbilicalis mediana näher an der Medianlinie liegt. Die Plica umbilicalis medialis haben ein L in ihrem Namen und liegen weiter lateral. Sie sind Relikte der fetalen Umbilicalarterien und werden bei laparoskopischen Operationen von Leistenhernien als Orientierungspunkte genutzt. Noch einmal zur Erinnerung. Als Retroperitonealraum bezeichnet man denjenigen Raum, der sich hinter dem parietalen Blatt des Peritoneums befindet. Strukturen dieses Raumes stehen also nur mit ihrer Vorderseite oder gar nicht mit dem Peritoneum in Kontakt. Im Gegensatz dazu zählen Strukturen, die sich in den Intraperitonealraum vorwölben und vom viszeralen Peritoneum umgeben sind, als intraperitoneal. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf kenhub.com an. Für unsere Kenhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Videotutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klick auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie.